Vertrauen zu deiner Katze aufzubauen, kann eine Herausforderung sein. Ein falscher Schritt könnte dich zurückwerfen, aber du kannst deine Katze mit ein paar einfachen täglichen Handlungen sicher und geliebt fühlen lassen. Und das Beste daran, es ist einfacher als du denkst und die Belohnungen sind sofort spürbar. Bleib also dran und entdecke, wie diese einfachen täglichen Schritte zu einer großen Transformation in deiner Beziehung zu deiner Katze führen können. Der erste Tipp mag vielleicht etwas kontraintuitiv klingen, aber er funktioniert tatsächlich. Tipp Nummer 1. Denke daran, wenn du Gäste hast. Welche Art von Person findet deine Katze am anziehendsten? Den katzenliebenden Gast, der sie einfach nur knuddeln will? Oder die Person mit Allergien, die versucht, ihnen den ganzen Abend aus dem Weg zu gehen? Die Vorliebe deiner Katze für den letzteren Freund ist nicht so seltsam, wie es scheint. Sie reiben sich nicht an ihnen und springen auf ihren Schoß, weil sie wollen, dass sie leiden. Sie tun es, weil die Signale die Menschen senden, wenn sie wollen, dass jemand ihnen fern bleibt, den Signalen ähneln, die Katzen geben, wenn sie jemanden mögen. Menschen und Katzen gehen soziale Interaktionen aus sehr unterschiedlichen Blickwinkeln an. Wir Menschen sind eine hochsoziale Spezies, daher neigen wir dazu, all unsere sozialen Signale nach außen zu senden, wenn wir mit jemandem befreundet sein wollen. Wir stellen Augenkontakt her, sprechen mit ihnen, schütteln Hände und nähern uns ihnen. Katzen hingegen sind eine relativ wenig soziale Spezies, die erst durch die Domestizierung etwas sozialer geworden ist. Für eine Katze wirken viele der menschlichen sozialen Signale bedrohlich. Kein Augenkontakt herzustellen, kurze, schüchterne Blicke in ihre Richtung zu werfen, sich in Abstand zu setzen und nicht auf sie zuzugehen. All diese Signale bedeuten für eine Katze, dass die Person entspannt ist und wahrscheinlich befreundet sein möchte. Es mag kontraintuitiv erscheinen, aber du könntest bei deiner Katze bessere Ergebnisse erzielen, wenn du dich schwer zu erreichen gibst. Tipp Nummer 2 Einer der direktesten Wege zum Herzen einer Katze führt durch ihren Magen. Eine regelmäßige Versorgung mit leckerem Futter wird sogar den unfreundlichsten Stubentiger davon überzeugen, dass du befreundet sein möchtest. Wenn du versuchst, Vertrauen bei einer scheuen Katze aufzubauen, die sich nicht von dir berühren lässt, beginne damit, ihr ein paar Leckerlis in einiger Entfernung hinzulegen und dich dann zurückzuziehen, damit sie sie ohne deine Nähe holen kann. Verringere dann nach und nach den Abstand, bis die Katze in Reichweite ist. Dann kannst du mit dem Streicheln beginnen. Tipp Nummer 3 Eine der besten Möglichkeiten, das Vertrauen von jemandem zu gewinnen, ist ein gutes Gespräch. Und das gilt auch für deine Katze. Auch wenn Katzen uns nicht verstehen können, wenn wir mit ihnen reden, zumindest verstehen sie nicht die meisten Dinge, die wir sagen, scheinen sie das Wort Futter ziemlich leicht zu erkennen. Sie können den Tonfall unserer Stimme erkennen. Studien zeigen, dass Katzen nicht nur die Stimmen ihrer Besitzer erkennen, sondern auch besser auf freundliche Stimmen reagieren, besonders auf Babytalk. Tipp Nummer 4 Ein wichtiger Aspekt, um das Vertrauen einer Katze zu gewinnen, die dich nicht gut kennt, ist, so unbedrohlich wie möglich zu wirken. Denke daran, was deiner Katze bedrohlich erscheinen mag, mag für dich nicht bedrohlich wirken. Eines der einschüchternsten Dinge aus der Perspektive einer Katze ist unsere Höhe. Wenn du das erste Mal mit deiner Katze interagierst, versuche in die Hocke zu gehen oder dich hinzulegen, um auf Augenhöhe zu sein. Vermeide Kleidung, die laute Geräusche macht, oder Schmuck, der rasselnde Geräusche verursachen könnte, die deine Katze erschrecken. Ein ungewöhnlicher Tipp, ziehe in Betracht, deine Brille abzunehmen. Einige Katzen denken, dass Brillen wie riesige Augen aussehen und finden das bedrohlich. Tue dies jedoch nur, wenn du ohne Brille gut sehen kannst. Wie auch immer, deine Katze wird mehr Angst haben, wenn du über sie stolperst, weil du nicht sehen kannst, wohin du gehst. Tipp Nummer 5 Wenn deine Katze Anzeichen von Vertrauen zeigt, ist es wichtig, sie zu belohnen. Gib deiner Katze Streicheleinheiten, wenn sie sich an dich reibt, oder belohne sie mit einem Leckerli, wenn sie sich hochheben lässt, ohne zu zappeln. Indem du deine Katze belohnst, zeigst du ihr, dass du möchtest, dass sie dieses Verhalten fortsetzt und stärkst gleichzeitig ihre positiven Assoziationen mit dir. Tipp Nummer 6 Wenn du eine nervöse Katze streicheln möchtest, greife nicht einfach über sie und beginne damit, besonders wenn sie dich nicht gut kennt. Lege stattdessen deine Hand in die Nähe ihres Kopfes, ohne sie zu berühren. Warte, bis sie an deiner Hand schnuppert, um deinen Geruch wahrzunehmen. Wenn du wie eine coole Person riechst, die sie besser kennenlernen möchte, wird sie den Abstand selbst überbrücken, indem sie mit deinem Kopf oder deiner Hand anstößt. Du solltest dann deine Streicheleinheiten auf den Kopf und die Seiten des Gesichts richten, dabei darauf achten, die Schnurrhaare nicht zu berühren, bevor du dich über den Nacken entlang des Rückens bis zur Basis des Schwanzes bewegst, ohne den Schwanz selbst zu berühren. Tipp Nummer 7 Der erste Schritt, um eine Katze in deiner Nähe wohlzufühlen, besteht darin, ihr Zuhause komfortabel zu gestalten. Katzenfreundliche Gestaltung bedeutet, dein Zuhause so einzurichten, dass es für deine Katze besser geeignet ist. Das kann von ein paar Kratzbäumen, Verstecken und Kratzmöglichkeiten bis hin zu permanenten Plattformen und Leitern an deinen Wänden reichen, damit deine Katze herumspringen und klettern kann. Das Wichtige ist, dass deine Katze Zugang zu drei Dingen hat. Hohen Plätzen, Verstecken und Dingen, die sie jagen kann. Das Jagen muss nicht und sollte auch nicht lebende Beute beinhalten. Stattdessen solltest du deiner Katze Beuteersatz zum Jagen geben, wie eine Federangel oder ein Spielzeugmäuschen. Tipp Nummer 8 Der Vertrauensaufbau mit deiner Katze sollte so früh wie möglich beginnen, idealerweise zu Beginn eurer Beziehung. Wenn du gerade ein Kätzchen in dein Leben aufgenommen hast, ist es wichtig, es zu sozialisieren. Beginne damit, es nur kurz zu halten, wenn es nervös ist und höre auf, wenn es versucht wegzukommen. Erhöhe allmählich die Zeit, die du mit ihm verbringst. Auch solltest du viel Zeit mit Spielen verbringen, um es daran zu gewöhnen, dich mit Spaß und positiven Erlebnissen in Verbindung zu bringen. Was ist, wenn du eine ältere Katze bekommst? Vielleicht denkst du, dass es schwieriger ist, das Verhalten einer erwachsenen Katze zu formen. Obwohl du bei einer erwachsenen Katze vielleicht weniger in der Lage bist, ihre Persönlichkeit zu beeinflussen, kann dies in gewisser Weise von Vorteil sein. Tierheime geben oft Beschreibungen der individuellen Charaktere der Katzen und ermöglichen dir möglicherweise ein Kennenlernen. So kannst du eine Katze auswählen, die besser zu deiner Persönlichkeit passt. Tipp Nummer 9 Eines der wichtigsten Dinge beim Aufbau und Erhalt von Vertrauen zu deiner Katze ist es, ihre Grenzen zu respektieren und ihre Fähigkeit, Nein zu sagen. Aber wie kannst du erkennen, wann deine Katze Nein sagt? Schließlich kann sie nicht Englisch sprechen. Manchmal ist es offensichtlich, wenn eine Katze faucht, mit den Pfoten schlägt oder kratzt, ist dies ihre direkte Art zu sagen, dass du Abstand halten sollst. Diese dramatischeren Reaktionen sind jedoch oft die Reaktion darauf, dass frühere Kommunikationsversuche ignoriert wurden. Wenn eine Katze dir zeigen will, dass sie etwas stört, ohne gleich einen Wutanfall zu bekommen, zeigt sie das durch Schwanzwedeln, zurückgelegte Ohren, einen gebogenen Rücken oder eine steife Körperhaltung. Wenn du eines dieser Anzeichen bemerkst, gib der Katze etwas Raum. Deine Katze wird dir viel mehr vertrauen, wenn du zeigst, dass du ihre körperliche Autonomie respektierst. Wenn euch dieses Video gefallen hat und ihr mehr Tipps und Tricks rund um das Leben mit Katzen erfahren möchtet, dann lasst einen Daumen hoch da und abonniert den Kanal. So verpasst ihr keine neuen Inhalte und bleibt immer auf dem Laufenden, wie ihr das Zusammenleben mit eurer Katze noch harmonischer gestalten könnt. Danke, dass ihr heute zugeschaut habt. Wenn ihr Fragen habt oder eure eigenen Erfahrungen teilen möchtet, schreibt sie gerne in die Kommentare. Ich freue mich darauf, von euch zu hören und euch beim nächsten Mal wieder dabei zu haben. Bis dahin, bleibt katzenstark und bis zum nächsten Video. Schau dir unbedingt diese unglaublichen Videos an, sie werden dich faszinieren.